ARD Text im Auftrag von Funk Das ist noch einer? Monty? Ja! Ja! Komm! Der ist... Der ist... Der geht... Ja, ja... Bitte... Äh... Vorder-Eingang Kann auch sein, dass der bei mir jetzt ist Damit wird der nie rechnen Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir Oh, Junge! Aaaaah! Pass ruhig Ui 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 Ich kann euch nur empfehlen, einen Nasen-Harschneider zu kaufen Der Stinger mit dem Leben verhindert Junge, du den scheiß Nasen-Harschneiden Ich lebe immer Hardcore, Digga Ich nehm mal einen Rasierer dafür Papa Oh shit If it runs on batteries, I put it in my Mumu What the fuck Fire What the fuck Fasch, lass was machen, ich hab Airgebs Ich hab Airgebs Äh, Big Tower, Big Tower, Big Tower, Big Tower Die rennt... Jetzt hat ein Handy-Go Ja, komm, komm Lauf hier durch Hier ist ein Arm-Jab Schnell! Schnell noch einen Go Schnell! Ja, nimm sie mit, nimm sie mit Nimm sie mit Oh, da ist er! Ja, da ist er! Oh shit Nein! Oh fuck, wo ist die nächste? Hallo Ella Oh, hallo! Boah Boah Alter Sch... Alter, je Kiefer Ich hab nen Plan Ah ja Wie du die drehst Den Rücken, oder was? Fuck Kack Secured on You spinn my Clash right round Jetzt hat er sich irgendwo gestoßt, so nen kleinen Zeh Ich bin über meine Vorhaut gefahren mit meinem Stuhl Junge... Clash-Gesicht Clash-Gesicht hat da so gut zu gepasst Das ist dein Schlepp Die Schlepp-O-Lüder Mit dem Stuhl über die Vorhaut Wer kennt's mich? Über deinen eigenen Witz lachen muss Aber wir zum Beispiel... Onkel bitte nicht Mein Onkel hat mich geschnitten mit seinem Hosenstall Bin ich auf Tötsch? Habt ihr schonmal die Vorhaut im Hosenstall eingeklemmt? Ja Nein, hab ich nicht, what the fuck Ich hab mir mal den Penis in der Fahrradspeicher eingeklemmt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du bist so geil Rechts, rechts, rechts Free Fire Links, links, links Easy kill, easy kill Ja, ja Drei Zwei Eins Was? Wie der aus dem Rauch rausgerannt kam Man, du bist ein Bastard Wollt grad zugucken Hoh 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 Diese Eno ist einfach so tödlich. Oh, ich hab ein Package jetzt. Ja auch. Jungs, Jungs. Bin ich Sledge. Wie spricht man K-Junge aus? Heißt das K-Junge oder K-Junge? K-Junge. Das ist K-Junge. 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 Das ist Pokémon K-Junge. So. Ja, heißt das K-Junge? Sagt man K-Junge? Ja. K-Junge. K-Junge. Weil irgendwie alle haben immer K-Junge gesagt. Das heißt K-Junge. Was ist das? K-Junge. K-Junge. Oh, Unge. K-Junge. Ihr habt mir geholfen. Willst du mich verarschen? Spiel. Fick dich. Zurück kommt, ich bin gefickt. K-Junge. K-Junge. Ja, gefrost, Alter. Weil die auch ohne E-Cop das trifft. Hi, Nico. Hi. Alles gut gemacht. K-Junge. Oh, Gott. Hab ich mich erschrocken. Hahahaha. Ein Small, Robert. Hahahaha. Bro. Hahahaha. Okay. Hahahaha. Hahahaha. Ich hab's nicht getimed gekriegt. Hahahaha. 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 Hallo da. Wow. Hahahaha. Aber ich hab ihn noch. Oh fuck. Hab ich mich verschrocken, Alter. Just, Just. Was machst du denn? Junge. Fick mir nicht in den Arsch, wenn ich mit dir spielen will. Wie mach ich? Mach jeden, ja? Geh weg. Nein! Oh Gott! Oh Gott. Niko, was warst du da oben so lang? Ich komm jetzt rein, mach alles weg. Ich hör hier einen links. Ich mach jetzt meine Ärmel hoch. So. Ja. Einmal umschalten. Einmal links. Zack. Einmal rechts. Zack. Und dann rein in die Stube. Und dann ist hier Bandit Wire, aber das juckt mich nicht. Geh weiter. Ja. Ich hör den an der Tür. Ich hör den an der Tür. Ja! Hahahaha. 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 Oh Mann. Hahahaha. Hahahaha. Stellt ihr euch auch mal mal vor? Hahahaha. Hahahaha. Erzähl ruhig. Hahahaha. Als wärt ihr so'n Delfin. Stellt ihr vor, wir könnten so zusammen im Wasser Rausch immer machen. Du hast gerade wie Alex geredet. Hahahaha. Du hast ihn doch genosko ... schmmabelgabult I am da glopko gabgalab, das schmabelgubbligab- Hey, let me see it's Mira. Scheiß. Joost, du bist einfach nicht lustig, halt einfach dein Maul. Echt ey. Stell dir mal vor, Joost als Mädchen. Boah, das wäre schon echt geil. Ich würde mich jeden Abend richtig hart durchfingern, ey. Machst du doch jetzt schon als Kerl oder? Ja gut, das ist... Junge, es ist viel zu spät, ey. Junge, wenn du dich in deinem Finger würdest, würde deine Moshi aussehen wie... ... mit dem Wasserbruch von hinten. Scheiße, ey. Du bist doch Calvera. Kann ich hier runter? Kann ich hier los? Oh, da wo? Nein! 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 Ja, du bist doch schon als Kerl oder? Ja, du bist doch schon als Kerl oder? Ja, du bist doch noch sicher. Untertitelung des ZDF, 2020